Die Tricks der Polizei. Und heute geht es um den Trick, der schnell dazu führt, dass es dir und mir täglich passieren kann, dass wir bei der Polizei sitzen und eine Nadel im Arm haben. Es geht um die allgemeine Verkehrskontrolle. Und eine ganz spezielle Situation, in der man leider eigentlich nur alles falsch machen kann. Aber es gibt ein paar Tipps und kleine Auswege, die ich dann am Schluss erklären werde. Die allgemeine Verkehrskontrolle, auch verdachtsunabhängige Verkehrskontrolle genannt, ist die Kontrolle der Polizei im Straßenverkehr. Die Polizei kann im Straßenverkehr Fahrzeuge anhalten und kontrollieren. Verdachtsunabhängig, also mehr oder weniger wahllos. Das heißt, du sitzt im Auto, die Polizei fährt hinter dir oder fährt vor dir. Hier, Polizei, bitte folgen, geht die rote Lampe an. Du pulstest wahrscheinlich schon auf 120, weil es immer eine aufregende Situation ist. Du fährst hinterher, der Polizist tritt ans Fahrzeug. Polizei, bitte aussteigen, Verkehrskontrolle. Und ja, du musst auf Anweisung der Polizei tatsächlich aus dem Fahrzeug aussteigen. Du musst anhalten, du musst aussteigen. Recht viel mehr musst du aber schon auch gar nicht. Und dann kommen die Standardfragen, die ich schon in älteren Videos erklärt habe. Wo kommen sie her? Wo wollen sie hin? Haben sie Alkohol oder Betäubungsmittel konsumiert? Die Standardfragen. Und heute geht es uns um die eine Frage, die auch sehr, sehr zuverlässig kommt. Und das ist, hatten sie schon mal mit der Polizei zu tun? Und das ist eine gefährliche Fangfrage. Hatten sie schon mal mit der Polizei zu tun? Wenn ich dich jetzt so fragen würde, hattest du schon mal mit der Polizei zu tun? Ja, was ist denn gemeint? Also jeder hatte schon mal irgendwie mit der Polizei zu tun. Also ein Krimi gesehen im Fernsehen? Ja. In der ersten Gasse Verkehrsunterricht? Ja. Mit 13 im Edeka ein Kaugummi geklaut? Vielleicht. Irgendwie jeder hatte schon mal irgendwie Kontakt mit der Polizei. Was die Polizei aber natürlich wissen möchte und auf was die Polizei besonders hinaus will, ist zum Beispiel eine Trunkenheitsfahrt oder ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, eine Körperverletzung, alles was irgendwie vielleicht mit Alkohol oder Betäubungsmittel zu tun hat. Wie kannst du jetzt auf die Frage antworten? Ja oder nein? Gehen wir jetzt mal davon aus, du hattest schon mal mit der Polizei zu tun, nämlich dass es ein Ermittlungsverfahren gegen dich gab. Sagen wir mal 2021 hattest du ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Du bist mit, keine Ahnung, 1,7 Promille Auto gefahren. Wurdest verurteilt, Führerscheinentzug, den hast du mittlerweile nach der MPU wieder. Was sagst du jetzt zur Polizei, wenn die Fragen hatten, sie schon mal mit der Polizei zu tun, du wurdest aber vor ein paar Jahren verurteilt, weil du betrunken ein Auto gefahren bist. Was sagst du dann? Sagst du ja, gibst du es zu, dann wird die Polizei ziemlich sicher das zum Anlass nehmen und dich ganz besonders genau unter die Lupe nehmen. Dasselbe, wenn du einen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz schon mal begangen hast oder deswegen schon mal ein Ermittlungsverfahren hattest. Sagen wir mal 2022 warst du auf dem Festival und wurdest mit einem Joint erwischt. Ja, keine große Sache, wurde eingestellt nach § 31a BTMG, geringe Menge zum Eigenbedarf. Kein Problem, Verfahren eingestellt. Aber dieses Verfahren steht noch in der polizeilichen Kriminalakte. Wenn du jetzt das zugibst und sagst, ja, vor zwei Jahren wurde ich am Festival erwischt mit einem Joint, aber seitdem habe ich mit Betäubungsmitteln nichts mehr zu tun, dann wird es eng. Weil dann wird die Polizei ganz besonders genau hinschauen und wird dann natürlich wahrscheinlich im nächsten Schritt vielleicht dir in die Augen leuchten oder anbieten, dass du freiwillig irgendwie 30 Sekunden zählst, damit die abschätzen können, ob deine Zeitwahrnehmung korrekt ist oder Augen zu, Finger-Nase-Probe oder du sollst auf eine Linie gehen. Diese ganzen einfachen Motoriktests, die der Polizei helfen sollen, also andersrum, die dir theoretisch helfen sollen, einen Tatverdacht zu entkräften, dass du der Polizei nachweisen kannst, dass du nüchtern bist. Tatsächlich wird es aber von der Polizei normalerweise anders eingesetzt. Das heißt, die bieten es freiwillig an, dass du die Motoriktests machst und wenn du sie entweder nicht machst oder nicht bestehst, dann wird das die Polizei zum Anlass nehmen und eine Blutprobe anordnen. Weil auch das kann die Polizei. Die Polizei kann bei Verdacht einer Fahrt unter Betäubungsmittel oder Alkohol eine Blutprobe anordnen. Ohne Richter, ohne Staatsanwalt. Einfach der Polizist an Ort und Stelle kann sagen, ich ordne jetzt eine Blutprobe an, weil ich habe den Verdacht. Also, hatten sie schon mal mit der Polizei zu tun? Vor zwei Jahren am Festival Joint. Sagst du ja, wird die Polizei ganz genau hinschauen und wenn du Pech hast und vielleicht einen Polizisten hast, der nicht so nett ist und nicht so korrekt ist, wird er vielleicht so lange genau hinschauen, bis er irgendeinen Tatverdacht gefunden hat, um eine Blutprobe anzuordnen. Und das geht schnell. Es läuft nämlich so. Jedes körperliche Merkmal kann die Polizei so auslegen, dass es nach einem Verdacht des Betäubungsmitteleinflusses oder Alkoholeinflusses aussieht. Also, alles, was du mit deinem Körper tust oder was du sagst oder wie dein Körper reagiert, kann die Polizei zum Anlass nehmen, dir zu unterstellen, dass du Alkohol oder Betäubungsmittel konsumiert hast. Bist du ganz ruhig und gelassen, sagen wir, du bist Schichtarbeiter und wurdest schon 35 Mal kontrolliert, weil du halt immer in der Nacht unterwegs bist, wenn du ganz ruhig und gelassen bist, wird ein Kreuz gemacht bei, ja, die Person ist teilnahmslos, die steht vielleicht unter Betäubungsmittel oder Alkoholeinfluss. Du bist teilnahmslos, du bist vielleicht sogar benommen. Wenn du aufgebracht bist, du bist aufgeregt, das ist deine erste Kontrolle, du bist 18 Grad frischen Führerschein, du bist extrem aufgeregt, das erste Mal irgendwie richtiger Kontakt mit der Polizei aus so vor zwei Jahren, dann wird die Polizei vermerken, wenn sie es darauf anlegen, ja, die Person ist übernervös und Nervosität ist ein Zeichen, dass die Person was zu verbergen hat oder Nervosität ist ein Zeichen für Alkohol oder Betäubungsmittelkonsum. Deine Augen, wenn die Pupillen zu groß sind, Betäubungsmittel, sind die Pupillen zu klein, Betäubungsmittel, sind die Pupillen normal, dann gibt es immer noch den Joker Lidflattern. Also Lidflattern, dass irgendwie das Augenlid zu stark zuckt, das kann passieren in der Nervosität, aber das ist immer dann auch gleich gerne mal ein Anzeichen dafür, dass jemand Betäubungsmittel oder Alkohol konsumiert hat. Weiter geht es auch mit den Augen, die verlangsamte Lichtreaktion, das heißt die Pupille ist normal groß oder leicht vergrößert und wenn dann Licht draufkommt, dann zieht sich die Pupille zu langsam zusammen. Oder die Person zittert, wir hatten schon Fälle, dass jemand gezittert hat bei der Verkehrskontrolle und Zittern ist natürlich ein Anzeichen für, wer weiß, Betäubungsmittelkonsum, Alkohol, Nervosität, je nach Einzelfall, wahlweise, oft ist es einfach, weil es verdammt kalt ist, weil die Leute dann irgendwie 1.30 Uhr früh Samstagabend kontrolliert werden, Samstag Nacht und es ist vielleicht November und es hat irgendwie minus 1 Grad und die Leute stehen nach der Disco leicht verschwitzt im T-Shirt vor der Polizei und dann, oh, die Person zittert, ein Anzeichen für Betäubungsmittelkonsum oder starkes Schwitzen, hatten wir auch schon. 32 Grad, Verkehrskontrolle dauert eine halbe Stunde und dann steht unser Mandant, der Betroffene vor der Polizei bei 30 Grad, 32 Grad und schwitzt. Ja, da wird wahrscheinlich wohl jeder schwitzen, das ist nicht ein Zeichen für Alkohol oder Betäubungsmittel. Aber so weit, so gut. Heißt, wenn du die Frage bejahst, hat es schon mal mit der Polizei zu tun, wegen Alkohol, Betäubungsmittel, was auch immer, wird es schwierig. Was ist jetzt die Alternative? Du sagst, nein, hatten sie schon mal mit der Polizei zu tun? Nein. Und auch den Fall haben wir in der Praxis relativ häufig. Das heißt, jemand hat ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen Betäubungsmitteln und dann fragt die Polizei, hatten sie schon mal mit der Polizei zu tun? Dann denkst du dir natürlich, ja, wenn ich jetzt sage, dass ich irgendwie vor drei Jahren eine Plantage hatte, dann werden die mich natürlich wieder auseinandernehmen und ich habe jetzt heute keinen Bock auf eine Blutprobe oder dass ich jetzt irgendwie in einen Becher pinkeln muss. Was du nicht musst übrigens. Was sagst du dann? Dann sagst du nein, weil du keine Lust auf die Kontrolle hast. Dann gehen die Polizisten zum Wagen, gibt es eine Abfrage in den polizeilichen Kriminalakten und dann sehen die im Kriminalaktennachweis oder im jeweiligen System des Bundeslandes, sehen die Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, Anbau 2019. Hat zwei Folgen. Erstens, Polizei wird fragen, warum haben sie uns angelogen? Zweitens, die Polizei wird genauso verfahren wie im letzten Fall. Das heißt, die Polizei wird ganz besonders genau hinschauen, dir Tests anbieten, wollen sie Motorik-Tests machen, Finger-Nase-Probe, wir haben den Verdacht auf Betäubungsmittel, wir bieten ihnen jetzt eine freiwillige Urinprobe an. Auch die Urinprobe ist tatsächlich freiwillig. Die Urinprobe auf Betäubungsmittel ist genauso wie der Atemalkoholtest ein Angebot der Polizei, theoretisch, dass du dich entlasten kannst. Wenn die Polizei sagt, wir haben einen Verdacht, dass sie unter Betäubungsmittel Auto gefahren sind, ist die Urinprobe ein Angebot der Polizei, diesen Verdacht zu entkräften. Es ist nicht so, dass die Polizei sagen kann, wir bieten jetzt eine Urinprobe an, entweder sie machen die jetzt, aber wenn sie die nicht machen, müssen wir davon ausgehen, dass sie unter Betäubungsmittel Einfluss stehen, weil sonst würden sie es ja machen. So läuft der Rechtsstaat nicht. Eine freiwillige Maßnahme ist immer eine freiwillige Maßnahme und kann nicht dadurch erzwungen werden, dass die Polizei sagt, also entweder sie machen die freiwillige Maßnahme oder wenn sie die einfache freiwillige Maßnahme nicht machen, dann müssen wir davon ausgehen, dass sie was konsumiert haben. Also ablehnen. Langer Rede, kurzer Sinn. Wenn du sagst ja, wird die Polizei genau hinschauen. Wenn du sagst nein, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die Polizei schaut nach in den Akten und wird es finden und wird genau hinschauen. Wenn du sagst nein, hast du aber die Chance, dass die Polizei vielleicht nicht in den Akten nachschaut und dann hast du die Chance, dass die Polizei nie rausfindet, dass du vielleicht schon mal ein Verfahren hattest, was die Polizei in der Situation ja auch nichts angeht. Du bist ja gar nicht verpflichtet, überhaupt zu antworten. Und genau da ist der Knackpunkt. Genau das ist die Antwort. Du bist nicht verpflichtet zu antworten. Du musst der Polizei nicht sagen, ob du schon mal mit der Polizei zu tun hattest oder nicht. Jetzt könntest du natürlich sagen, ich mache von meinem Schweigerecht Gebrauch. Ich muss euch gar nichts sagen. Ich möchte die Aussage verweigern. Du bist aber noch nicht Beschuldigter, aber hast natürlich das Recht zu schweigen. Du musst ja keine Antwort geben der Polizei. Aber dann wird die Polizei ja genauso gut und genauso gründlich hinschauen und dich noch mehr kontrollieren. Deswegen unser Tipp, höflich bleiben. Ganz höflich. Höflich aber bestimmt. Nicht irgendwie passiv, aggressiv. Was ist denn überhaupt die Rechtsgrundlage? Sondern ganz höflich und bestimmt. Können wir bitte die Verkehrskontrolle jetzt auf das Nötigste reduzieren? Ich würde es gerne sachlich jetzt über die Bühne bringen. Irgendwie, dass du die Frage nicht beantwortest und der Polizei auch einen Grund dafür gibt. Dass du sagst, es tut mir leid, ich bin relativ spät dran, ich möchte jetzt nicht gerne meine Zeit hier auf der Autobahnraststätte verbringen, beschränken wir doch die Verkehrskontrolle nur auf das Nötigste. Ich möchte jetzt nicht über mein Leben reden, sondern beschränken wir doch das auf das Nötigste. Oder eine Gegenfrage. Warum wollen sie das wissen? Bin ich irgendwie verdächtig? Das ist auch immer eine tolle Antwort. Also eine schöne Antwort ist immer eine Gegenfrage. Warum wollen sie das wissen? Gibt es irgendeinen Tatverdacht gegen mich? Oder habe ich mich irgendwie verdächtig gemacht? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Das ist auch immer gut, weil das wirkt demütig, aber schon sachlich und neutral. Aber wie gesagt, immer höflich bleiben. Immer höflich bleiben. Apropos höflich. Jetzt werden viele in die Kommentare schreiben, Ja, aber wer betrunken oder unter Betrunkenmitteleinfluss Auto fährt, dem gehört es auch nicht anders. Der gehört auch aus dem Verkehr gezogen. Der gehört auch bestraft. Und viele werden auch schreiben, zu Recht, ja, jeder sollte auch nur absolut nüchtern am Straßenverkehr teilnehmen. Aber jetzt aus meiner Sicht, wenn ich, ich sage mal, ich bin Schichtarbeiter und fahre um 4 Uhr morgens aus der Schicht nach Hause und werde schon zum 20. Mal kontrolliert. Und ich stehe dann im leichten, dünnen Pullover im Januar draußen bei minus 3 Grad. Habe seit 3 Wochen kein Alkohol mehr angerührt und das letzte Mal gekifft mit 19 und bin jetzt 30. Wenn mir dann die Polizei völlig an den Haaren herbeigezogen, unterstellt, weil ich vielleicht müde bin und leicht zittere, weil es eiskalt ist. Wenn mir dann in der Situation die Polizei unterstellt, ja, wir haben jetzt Anzeichen für Betonungsmittelkonsum. Wir würden jetzt eine Blutprobe anordnen. Dann würde ich vielleicht nicht kooperieren. Wenn die Polizisten es mir sachlich erklären, ihren Verdacht, und der nicht an den Haaren herbeigezogen ist, dann würde ich wahrscheinlich sogar darüber nachdenken, vielleicht die freiwilligen Naßnahmen mitzumachen, Fragen zu beantworten, vielleicht sogar die Urinprobe zu machen oder einen Atemalkoholtest. Habe ich auch schon gemacht. Aber wenn ich eindeutig sehe, dass die Polizei einen Tatverdacht nur konstruiert gegen mich, dann brennt mir mein staatsbürgerschaftliches Herz und mein Bürgerrechtsherz und meine Menschenrechte. Und dann würde ich mir denken, nein, so nicht, meine Freunde. Ich habe hier immer noch Rechte. Wie gesagt, nicht querulatorisch, nicht per se einfach alles ablehnen und irgendwie jetzt so nach der Rechtsgrundlage fragen und alles einfach nur querschießen. Aber wenn ich merke, dass die Polizei nicht rechtmäßig vorgeht, dann möchte ich auch der Polizei keinen Zentimeter, Millimeter entgegenkommen. Und das ist mein gutes Recht als Staatsbürger. Und das ist dann nicht mein Fehler, sondern es ist dann der Fehler der Polizei. Und das ist dann dercze one meiner Zeit. Vielen Dank.